jetzt fährt diese Lok ab gleich also die Weike hat sich gestellt ich bin echt gespannt das ist eine andere Lok Leute es gibt auch ein Foto dazu auf Instagram für euch das ist eine Dies Lok Leute ich muss ein bisschen in den Schatten hingehen Leute das ist eine Dies Lok die Lok gibt es nicht mehr so oft Leute eine 2043er eine Dies Lok Leute ja Leute die fährt viel nach rein oder haltet die an und dann fährt sie auf ein anderes Gleis Leute das kann sein Leute bis gleich einfach in die podéis ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020